Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, vor ein paar Jahren wäre das gar nicht denkbar gewesen, was heute mit dem Landesentwicklungsplan zur Beschlussfassung vorliegt. Das war eine Zeit, in der Verhinderungsplanungen vor Ort in Teilen des Landes dominiert haben. Das war eine Zeit, wo über andere Regeln die Flächenverfügbarkeit für Windenergieanlagen limitiert wurde, wo es eher darum ging, Windenergieanlagen möglichst weit wegzuhalten, anstatt dieses Potenzial wirklich zu heben. Und heute, wenige Jahre später, nach diesen Ereignissen, nach dieser Stimmungslage in der Gesellschaft, haben wir eine komplette Kehrtwende in dem Bereich. Heute beschließen wir, dass 20, 25 1,8 Prozent der Landesfläche in Nordrhein-Westfalen für die Windenergie ausgewiesen sein wird. 2025, das bedeutet sieben Jahre, sieben Jahre vor der Frist, die der Bund dafür gesetzt hat. Und diese Flächen, diese 1,8 Prozent, die stellen sicher, dass wir den Windausbau ermöglicht bekommen bis hin zu einem Energiesystem, was auf 100 Prozent erneuerbaren Energien beruht. Dafür ist dieser Landesentwicklungsplan ein ganz zentrales Fundament, was wir hier heute setzen. Bislang gab es beim Windenergieausbau einige Regionen, die waren Vorreiterinnen. Und andere, die haben bislang weniger einen Beitrag zum Ausbau geleistet. Und dieser Landesentwicklungsplan stellt uns sicher, dass alle Regionen unseres Landes, dass alle Landesteile ihren Beitrag leisten zum Windenergieausbau, weil für ein klimaneutrales Energiesystem können wir uns nicht auf wenige Vorreiterinnen und Vorreiter verlassen, sondern alle müssen in die Pflicht genommen werden, alle müssen ihren Beitrag leisten. Aber wir halten auch niemanden davon ab, weiter Vorreiterin zu sein. Diese 1,8 Prozent sind ein Mindestangebot. Und jede Kommune, jede Stadt, jede Gemeinde, die sagt, wir wollen noch mehr bei uns vor Ort von den Vorteilen der erneuerbaren Energien profitieren, können zusätzliche Flächen ausweisen. Das heißt, wir nehmen alle in die Pflicht, aber wir machen auch keinen Deckel drauf, sondern wer Vorreiter war, wer es weiter sein will, der kann es tun. Und das ist auch das richtige Signal. Wir wollen ermöglichen mit diesem Landesentwicklungsplan. Für Solaranlagen auf der Freifläche waren in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeiten, Flächen auszuweisen, im Vergleich mit anderen Bundesländern, bislang besonders restriktiv. Und das hat man auch gesehen bei den Ausbauzahlen. Wir hatten es dort bislang nicht hinbekommen, unsere Ausbauziele in Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Auch darauf gibt dieser Landesentwicklungsplan eine Antwort, indem er Kommunen deutlich mehr Freiheiten lässt, Vorhaben, Photovoltaikanlagen auf der Fläche zu realisieren, auch zu ermöglichen. Und da an der Stelle erhoffen wir uns ganz klar, dass das die Grundlage dafür ist, dass wir bei der Freiflächen-Fotovoltaik die nötige Dynamik bekommen, die wir ja bei den Dachanlagen in Nordrhein-Westfalen auch im vergangenen Jahr schon beeindruckend gesehen haben. Ich möchte auch noch einmal kurz die Frage des Tempos ansprechen. Und es ist zu Recht angesprochen worden, dass diese Verfahren mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden sind. Und umso beeindruckender finde ich es, wie es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesplanung, die Planerinnen und Planer geschafft haben, unter diesen Voraussetzungen ein so schnelles Verfahren zu organisieren. Und die haben die Ärmel hochgekrempelt, die haben nicht gejammert, sondern das sind die, die unter diesen Gegebenheiten dieses Tempo erst ermöglichen. Die Planerinnen und Planer beim Ministerium, aber auch die Planerinnen und Planer in den Regionalplanungsbehörden gilt unser Dank. Das sind Leute, die machen die Energiewende in Nordrhein-Westfalen möglich. Die zünden da den Turbo und zu denen sind wir zu großem Dank verpflichtet. Und abschließend möchte ich auf einen Punkt verweisen, weil Landesentwicklungsplan, das klingt ja immer sehr sperrig. Und wir hatten viele Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten, wo der Vorwurf kam, was den Kohleausstieg 2030 angeht, die Landesregierung würde ausschließlich nach Berlin zeigen und selbst keinen Beitrag leisten zum Gelingen. Und ich finde, wir können nicht immer so tun, als ob das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte. Natürlich ist dieser Landesentwicklungsplan, diese Frage, ob der Ausbau der erneuerbaren Wind und Solar gelingt in Nordrhein-Westfalen, ein ganz zentraler Baustein, ein ganz zentraler Baustein, um den Kohleausstieg 2030 gelingen zu lassen. Das ist einer von verschiedenen Bausteinen, aber eben ein zentraler. Und hier liefert die Landesregierung, die Landesregierung liefert, macht das möglichst, sichert auch die nächsten Jahrzehnte einen nötigen Hochlauf. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Schritt, ein Durchbruch für die Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen, dem wir gerne so zustimmen. Ganz herzlichen Dank.